Jawoll! Jawoll, ich geh richtig ab! Basieren bin ich heute! Also seine Grafik spinnt. Jawoll! Geil. Hahaha! Pilot Darius ist am Start, ich hab keine Ahnung wie man fliegt. Hahaha! Moi Jungs! Erste Runde Battlefield V seit der Open Beta. Ich bin... ... gespannt wie's läuft. Äh, selben Klassen wahrscheinlich, ne? Ich hab schon wieder voll vergessen was was war. Mal grad gucken. Das Ding ist geil, das nehm ich. Oh, die Map hab ich noch nicht gespielt, die kenn ich nicht. Bauen wir mal. Ist das geil. Ist das geil. Ja, Moin! Das ist geil. Alter Mann ist das geil. So. Bist du leise. Hehehe. Wir haben alle Ziele erobert. Geh... Da ist er. Dann gehen wir mal irgendwo hin. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Okay, ähm... Ich muss mich echt erstmal ein bisschen orientieren. Ich renn mal Richtung A gerade. Ich werd' gleich eh von der Seite irgendwo weggemacht wahrscheinlich. Okay, da ist ein Panzer von uns. Ja, was sag' ich? Ach, da hinten. Ich kenn' mich halt noch nicht aus, aber... Ach, das haben sie noch nicht... das haben sie dringelassen. Aber das geht ein bisschen schneller. Okay, das ist gut. Das ist gut. Äh, hat irgendwer ein Fahrzeug von denen? Nein. Ach, dann lauf' ich mit ihm einfach. Fahr' mal da mit. Ey, 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 ey. Ich will mit. Die scheinen da ein. Aha! Jetzt geht's los, Jungs. Wollen wir so schießen? Ja. Jawoll, Junge! So ein Feuerball! So ein großen Feuerball, Junge! Jawoll. Ja! Jawoll! Aber ich find' das extrem schwer, hier Feinde zu erkennen. Jawoll! Ich geh' richtig ab! Ich geh' mal wieder raus. Jo! Danke fürs... Dankeschön fürs mitnehmen. Vielen Dank. Wir müssen die Ziele des Feindes einnehmen, wenn wir eine Chance haben wollen. Scheiße, wär' ich mal nicht ausgestiegen. Da hinten haben sie sich hingestellt. In das Sperrgebiet, wo man nicht hin kann. Das ist ja aber fair. Gut ab! Wir haben Zielantwort verloren. Weiß nicht, wohin... Da ist einer. Aber da geh' ich bestimmt hin. Das war's aber wohl gar wieder komplett hoch. Wir haben die Kontrolle über die Wärter verloren. Sanitäter! Sanitäter ist hier nicht. Vielleicht spiel' ich... Ich glaub' ich spiel' jetzt mal den Sanitäter. Der war das nicht? Ne, der nicht. Aha! Wir kontrollieren das Ziel! Ja! Machen wir das? Bruder, wenn du stirbst, dann mach' ich dich wieder heile. Geil! Kann sie seine Kraft durchbinden? Jawoll! Geil! Ein Snippo wär' auch mal ganz geil. Hat er mal voll Bock? Medic ist geil! Und hier hinten hocken sie. Hier ist einer! Gibt das jetzt eigentlich immer noch so viele Punkte? Ich glaub' teilweise schon. Nein! Ich glaub' ich hab' das nicht immer noch so viele Punkte. Ich glaub' ich hab' das nicht immer noch. Ich glaub' das ist nicht immer noch so viel Platz! Ja, Digga, da... Kann ich halt jetzt natürlich nicht hin. Ja. Ich glaub' mal was. Ich hab' ne Bambe für Sie! Ja, das ist halt trotzungslos. Ja komm! Ich seh doch nix. So Jungs, was ist denn hier los? Okay. Am Rasieren bin ich heute! Gut, ich renne jetzt hier wieder im Nirgendwo rum. Aha! Ah Mensch, ein paar gute Kühls, geh doch die Runde! Mann, ich will auch was fliegen! Also, ich habe mich an die Waffen noch nicht ganz so gewöhnt. Vor allem, da ich jetzt in letzter Zeit sehr viel Black Ops 4 gespielt habe. Das ist voll. Muss ich mich erst ein Stückchen noch umgewöhnen. Das ist halt manchmal in jedem Shooter so. Das Ding ist bei... Ich probier mal die hier aus gerade. Bei Call of Duty verziehen die Waffen auch nicht so. Ich finde, wenn du bei Call of Duty schießt, dann, dann... Ich glaube, das ist hier so ein bisschen ein Stückchen realistischer. Krass, das ist leckerlich. Greif ich eh nix. Oh, na sie juckt! Guckt euch mal diese Aussicht an, ey! Ja moin! Ja moin! Au! Irgendwo sitzt ein Snipper! Oh! Oh, ich wollte nur kurz in die Einstellung... Ich wollte eigentlich nur kurz in die Einstellung gehen. Gustav? Das war Gustav der! 10-4 habe ich, alter! Gar nicht schlecht! Wir haben viel Dora verloren, Soldaten! Ja, komm! Dora haben wir verloren. Okay, dann gehen wir da mal hin. Ich spawne... Ich will jetzt was fliegen, Jungs! Jawohl, jetzt geht's los! Pilot Darius ist am Start! Ich hab keine Ahnung, wie man fliegt! Oh! Achso! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Alter, 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 alter! What the fuck! Wo sind denn die Gegner überhaupt? Ja, aber ich hier nicht! Ge-ge-ge... Oh Gott, oh Gott! Alter, alter, alter! What the fuck! Was soll ich denn da... Ich hab... Ich hab die Hälfte von meinem Flügel verloren! Wie dumm sah das denn aus! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Moin, Jungs! Emil, alter! Ja, moin! Bester Pilot der Welt! Was hat der denn... Ich krieg's ja weg! Muss los! Aua! Hepp! Ich bin gerettet, Digga! Dich rett dich auf! Hepp! Ey, ich drück doch! Ich hab doch grad eh gedrückt! Oh Gott, jetzt... Jaja... Ach komm, jetzt bin ich wieder am Ablosen! Ich mach jetzt mal ein bisschen ein auf Snipper! Ich spiel jetzt mal die Snipper! Ja, wär mal ganz gut! Was ist denn hier los? Hahaha! Ich war nie weg, Leute! Ah, die Waffe ist irgendwie strange! Sieht auch komisch aus! Ich hätte auch noch mal wieder ein paar... Ziemlich Bock auf ein paar Runden Battlefield 3! Äh, wenn ich das auch mal aufnehmen soll, lass einfach mal ein Like da oder schreib's in die Kommentare! In die Kommentare! Alter, du bist... Von laut! Da hätte ich auf jeden Fall echt noch mal Bock drauf! Neh mal die hier, die, die... Also... Ähm, ich kann auch noch mal ein Video zum Einzelspieler machen, zum Single... Z-Zingle-Player! 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 Zum Single-Player, ähm, da hat man diese Waffe hier aufgespielt und da hat die mir richtig gut gefallen, auf jeden Fall! Da war die sehr stark! Oh, was soll ich dagegen machen? Ah, der... Die kleine... Die kleine Drecksau, ey! Mann, Weta, ey! Hat die kleine Drecksau noch nicht gesehen! Es soll ja angeblich... Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber es soll ja einen Battle-Royale-Modus für Battlefield 5 geben... Oh, hier war ich auch noch nicht! Ja, schön! Ähm... Kann mir einer von euch sagen, wann der erscheint? Ich hab... äh... Ich hab gehört... Nächstes Jahr im März, aber ich bin mir nicht sicher! Ähm... Gibt's dann da auch noch mal ne Open Beta oder wie? Wie läuft das? Schreibt's doch in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst! Und jetzt haben wir erstmal gewonnen! Easy! Alter, das war auf jeden Fall meine erste Runde! Ähm, danke fürs Zuschauen! Ähm, wenn ihr mehr wollt, ab in die Kommentare damit! Und bis dann ist soweit! Ciao! Vielen Dank! Da war ja so recht. Da war ja so recht. Wir haben alle gering Leute, die Japaner ist einfach nur im Moment! Und wenn ihr hier seid, ist ein Drogen. Was du hier seid? Und wir sind jetzt in die Linke. Ja! Und wir sind die zhreine! Und wir sind schon mal. Und wir sind die Schreine! Mit einer Verlangenheit.